Hi, mein Name ist Marc Lambert und du bist wahrscheinlich auf der Suche nach den wichtigsten Flirt-Tipps, um mehr Erfolg bei Frauen zu haben und ich würde in diesem kurzen Video dir einfach mal gerne meinen wichtigsten Flirt-Tipp geben und der ist, dass du immer eine Stufe weiter gehst. Also was ich häufig sehe, dass der größte Fehler bei Männern ist, ist, dass sie einfach auf derselben Stufe stehen bleiben und wenn sie eine Frau ansprechen, einfach nicht weiter versuchen, ihr Interesse zu signalisieren, das Subtil der Frau zu zeigen, was sie möchten, dass sie mehr touchy werden und dann schauen, wie die Frau das erwidert und immer einen Schritt nach dem nächsten zu gehen. Denn wenn du auf derselben Stufe bleibst, dann ist es genau das, was du auch bekommst, weil eine Frau wird nicht den Schritt gehen und eine Frau erwartet auch, dass du letzten Endes diesen Schritt machst. Und wenn du stattdessen immer auf die nächste Stufe eskalierst, kommst du so immer weiter und das ist eigentlich für mich der wichtigste Flirt-Tipp, um mehr Erfolg bei Frauen zu haben. Und wenn du noch viel mehr von mir lernen möchtest, dann trage dich in meinen kostenlosen E-Mail-Kurs ein, klick dazu einfach den Link, den du hier findest und ich schicke dir sofort die erste E-Mail zu. Musik Musik Musik